Musik Willkommen in der neuen Woche. Es ist Mittwoch inzwischen, abends halb neun. Wir sind gerade vom Einkaufen zurückgekommen und busy kaputti. Aber wir haben schon ganz viel fürs Wohnnudel reingekauft, was man so braucht. Duschgel und Würze, Wimperntusche, Öl zum Kochen und Stäbchen und Nudeln. Alles, was man halt so mitnimmt. Immer braucht. Reinigungstücher und Zeug halt. Fast ein paar Duftkerzen. Nein. LED-Lampen, Jungs. Für die Markise wollte Leni kaufen. Gab's beim Aldi. Entschuldigung, gab's beim Aldi. Für nicht viel Geld, sagt Toni. Nein. Das mach ich nicht mehr. Ah, aber der Toni hat was gekauft. Der Toni hat, ja. Da kann ich euch aber noch zu vermelden. Es gibt wunderbare Neuigkeiten. Wir haben am Montag bei Vogels angerufen. Gestern hat der Toni zufällig auf Wahlwiederholung gedrückt und wollte da gar nicht anrufen. War Herr Vogel am Telefon, wusste Toni gar nicht, wo er gelandet ist. Doch, ehrlich. War wirklich lustig. Das war die Frage. Ich wollte da gar nicht hin, ja. Habe ich halt auf dem Telefon verdrückt, aber gut, ja. Ja. Auf jeden Fall war gestern noch nichts da, weil wir brauchen ja die Papiere, ihr wisst. Vorgestern natürlich auch nicht. Und heute haben wir, wir sind immer so ums Telefon rumgeschlichen. Rufen wir mal an, rufen wir nicht an, rufen wir an, dann hat's geklingelt. Da haben wir fast vollstreckt das Telefon, was wir ja in der Hand gehalten haben, aus der Hand fallen lassen. Da hat der Herr Vogel angerufen und hat gesagt, der Brief ist unterwegs von Kapron nach Kurzzeit und hoffentlich kommt er morgen. Ja. Dann rasen wir nach Kurzzeit, holen den Brief ab und rasen auf die Zulassung. Ja, ja. Und während das alles passiert ist, war der Toni auch schon beim Aldi und hat gekauft. Ihr habt uns nämlich geschrieben, so ein, wie hießen die, Multi-Flexi-Wonder-Wasserschlauch, kräuselt sich alleine zusammen. Haben wir gelesen und dann hat der Toni das entdeckt. Ja, das war echt Zufall, ja. Hier, Aldi, Gartenabteilung, verstehst du? Ein Spiralschlauch, der ist nicht schwer, der ist klein zusammenzulegen. Und kannst du ausziehen, bis auf 10 Meter. Und den probieren wir mal aus. Also nächste Woche. Der hat 10 Euro gekostet, ja, also da kannst du viel falsch machen, denke ich mal. Und genau in dieser Gartenabteilung gab es auch LED-Gartenlampe, Jungs. Ja. Kann ich nicht kaufen. Aber der Schlauch ist cool. Den probieren wir mal aus. Wir müssen jetzt die Sachen wegpacken. Grey's Anatomy läuft schon. Es ist schon heimdeutig, ich komme gar nicht hinterher bei der Serie. So. Noch vier Tage. Also ist es Sonnerstagmittag. Eben hat das Telefon geklingelt und Herr Vogel hat angerufen. Und er hat gerufen. Hurra, hurra, das Auto ist da. Also das Auto ist natürlich nicht da, das steht ja noch in Neustadt bei Capron. Aber der Brief ist da und so weiter und das Auto ist fertig und es ist alles gut. Genau. Und darum fahre ich gleich zu Vogels, ras, ras und hole den Brief ab. Genau. Hallo zusammen. Wie ihr seht, ich bin alleine. Es ist Freitagmorgen und Geschichten, die das Leben schrieb. Ich habe gestern die Papiere abgeholt bei Vogels und der Toni wollte jetzt losfahren, um das Auto zuzulassen. Hat aber dann festgestellt, dass sein Personalausweis letztes Jahr im August abgelaufen ist. Ja. Jetzt gucken wir mal, wie es weitergeht. Er ist jetzt erstmal losgefahren und will mal auf der Zulassung anfragen. Entweder wird das Auto dann auf mich zugelassen, dann gibt es vielleicht Probleme mit der Versicherung, weil die auf den Toni läuft. Oder er muss nochmal auf die Stadt ins Rathaus und sich einen vorläufigen Personalausweis machen lassen. Allerdings macht die Zulassungsstelle um 12 Uhr schon zu. Ja, wie gesagt, Geschichten, die das Leben schrieb. Bis später, wir berichten weiter. Er kommt die Treppe hoch und ist wieder da. Ja, hier. Hast du schon... Ja, ich habe erzählt schon. Also erstens war das rabbelnd voll da auf der Zulassungsstelle, ja, weil die alle um halt acht da rein stürmen und gut. Ich habe auch jetzt nichts erreicht, aber mir ist eingefallen, ich habe ja noch einen Reisepass. Das ist richtig. Und dann werde ich jetzt erstmal anrufen, ob das mit dem Reisepass geht. Ja. Ich gehe mal davon aus, dass das geht, weil das ist ja auch ein Dokument, ja, ein gültiges. Und dann fahre ich halt dann wieder hin, ja, mein Gott, also das ist mir Gott sei Dank noch eingefallen, dass wir ja einen Reisepass besitzen. Den hatte ich ja vorhin noch in der Hand. Hätte ich ja... Ja, Entschuldigung, hast du noch auf der Oma geguckt? Ja, ja, es war jetzt echt... Also, es bleibt weiter spannend. Ich möchte übrigens an dieser Stelle, also wir möchten das, aber mir ist es gerade eingefallen. Wir wollen den Michael grüßen, der heute sein Auto abholt. Ja. Männisch, viel Spaß dabei. Glückwunsch. Wenn ihr das seht, dann ist sowieso alles schon gegessen. Ist sowieso alles zu spät. Aber trotzdem, viel Spaß. Zulassung die dritte. Der Toni ist wieder da, er war nämlich schon wieder weg. Weil wir jetzt ja eben gegoogelt haben, wenn man einen Reisepass hat, den man sehr wohl mitbringen kann, braucht man eine Meldebescheinigung. Das alles liegt aber im Ermessen des zuständigen Sachbearbeiters. Jetzt hat der Toni wirbel drum telefoniert, ob man jetzt eine Meldebescheinigung braucht oder nicht. Der eine Sachbearbeiter sagte, ach, können Sie so kommen? Der andere Sachbearbeiter sagte, nee, 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 nee. Also war der Toni jetzt eben auf der Stadt, hat die Meldebescheinigung mitgebracht und fährt jetzt wieder auf die Zulassungsstelle. Hey, und wir melden uns dann irgendwann wieder mit Kennzeichen. Hoffentlich. Da komme ich gerade nach Hause und da ist der Toni schon wieder da. Ja, und was soll ich euch sagen? Steht in der Küche, ist am Essen. Naja, ich habe Hunger gehabt, ich habe den ganzen Früh nichts gegessen. Nur von Amt zu Amt und wieder zurück. Aber, Freunde. Er hat es geschafft. Mit Reisepass, Meldebescheinigung, abgelaufenen Personalausweis. Egal, egal, Hauptsache. Ich war auf der Zulassungsstelle dann schon namentlich bekannt, ja, weil ich ja schon telefoniert habe mit den Damen. Da, ja. Sie schon wieder. Ja, 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 genau, so ähnlich, ja. Macht nichts. Alles da? Alles da. Ja, und dann außerdem ist Post gekommen von Frank. Vielen Dank. Eine Kreuzwasserwaage. Ich packe dir vielleicht mal hier aus dem Ding aus. Ich mache das. Ich kann das tun. Ist besser. Frank hat uns eine Kreuzwasserwaage ans Herz gelegt und hat sie uns auch geschickt. Danke dafür. Danke. Die wird mit ins Womo kommen. Die ist nämlich nicht schwer. Die wiegt höchstens. Die wiegt ja gar nichts. 0,5 Gramm. Also da kannst du 5.000 mitnehmen, glaube ich. Obwohl wir uns jetzt schon die Truma-App auch runtergeladen haben. Da ist nämlich auch eine Wasserwaage drin und im Kompass am iPhone ist auch eine Wasserwaage. Also wir haben inzwischen Wasserwagen über Wasserwagen dabei und alle wiegen nichts. Das Truma-Teil ist natürlich insofern nicht schlecht, weil du die Spurweite und den Radstand eingeben kannst. Habe ich auf der Zulassungsstelle schon gemacht, weil da kannte ich die genauen Daten aus dem Chat. Hat ja viel Zeit, ja, schon eingetippt und dann sagt er dir, wo, wie viel Zentimeter drunter müssen. Unter welches Rad, wie viel Zentimeter drunter müssen. Ist natürlich auch nicht verkehrt, ja. Da kommst du auf den Platz, weißt du ja nicht, ja. Und dann stellst du dich da hin, richtest das Ding aus und dann weißt du, vorne brauche ich 5. Fertig. Und dann fährst du auch drauf und gut. Da bin ich ja mal sehr gespannt. Ja, ich auch. Wenn wir nächste Woche um 5 Zentimeter unser Auto noch ausloten. Auf jeden Fall nehmen wir die auch mit Frank Zielen. Selbstverständlich. Wir werden darüber berichten. Und dann ist noch was passiert. Da kommt der Toni mit seinen Schildern nach Hause, klingelt das Telefon und wer war dran? Der Herr Kramer von Capron. Hat auch schon angerufen. Hat gefragt, ob alles in Ordnung ist, ob es uns gut geht, ob die Sonne scheint und wie die Kennzeichen haben. Ja, so ungefähr, ja. Toni hat alles mit Ja beantwortet, also es steht ihm nichts mehr im Wege. Im Moment ist alles gut. Es läuft. Alles ist Thema auf Go. Genau. T-3. Übrigens, einen ganz lieben Dank an alle, die uns jeden Tag jetzt Nachrichten schreiben, wo jetzt, also gestern stand da noch vier Tage. Heute haben wir schon tausend Nachrichten gekriegt, wo drin standen nur noch drei Tage. Das finde ich sensationell. Also uns kann gar nichts passieren. Jetzt müssen wir noch einen Käsekuchen backen, weil wir den morgen mitnehmen zu Vogels. Ja, genau. Von daher ab in die Küche. Morgen. Willkommen am Samstag. Der Kuchen ist fertig. Die Umleitung haben wir überstanden und jetzt stehen wir bei Vogels vor der Tür. Und jetzt gehen wir mal rein. Genau. Also wir wollten eigentlich nur mal alle gerade von Vogels grüßen. Da stehen wir nämlich gerade. Haben schon wieder ganz liebe Zuschauer hier getroffen. Das sind nicht alle. Wir sind schon wieder vollkommen perplex. Sind schon durch alle Autos wieder durchgekrabbelt. Ich war noch in keinem einen drin. Ach, ist nicht wahr. Ich war noch in keinem einen drin. Du bist aber schon drei, vier, acht Probe gefahren. Ich bin schon drei, vier, acht Luftgefedert Probe gefahren. Ist gar nicht so schlecht. Ich habe ein Bild gemacht. Willst du es haben? Also wir haben viel Spaß hier, wie ihr seht. Und dann später gibt es bestimmt noch mehr von heute. Ja. Genau. Bis dahin. Tschüss. Alles Gute. Wir sind jetzt hier durch. Thorsten rennt gerade weg. Weil er nicht mit aufs Bild wollte. Und wenn wir mal ganz schnell die Kamera schwenken, kriegen wir einen. Ich bin mit dem Auto wegfahren. Da ist er. Da ist er, geht er. Ja. Das ist der Thorsten. Also, der Tag neigt sich hier zu Ende. Wir haben schöne Bilder gemacht und fahren jetzt wieder nach Hause. Wir haben nämlich noch einiges vorzubereiten, weil wir morgen früh unser Mietfahrzeug abholen wollen, um 9 Uhr in Dietz. Und dann wollen wir uns ja auf den Weg machen nach Neustadt. Hier war es super. Ja. Wir haben ganz viel Tassen verkauft. Und wir haben uns auch wieder sehr wohl gefühlt bei Vogels. Ja, und wir haben unfassbar viele liebe Menschen kennengelernt, die uns alle schon ein bisschen länger kennen. Und die haben wir jetzt auch kennengelernt, was ich auch großartig gefunden habe. Das war auch wieder sehr schön, ja. Total. Und wir haben, ach so habe ich schon gesagt, wir haben viele Bilder gemacht. Ich habe mir eben noch mal genau die Schränke im T449 angeguckt. Habe ich vergessen, wie es in dem Auto aussieht. Musste ich noch mal reingehen. Und jetzt fahren wir mal heim. Wie gesagt, wir haben noch was zu tun. Ja. Wenn ihr noch eine Tasse haben wollt, müsst ihr euch beeilen, weil der Toni ist hier der Riesen-Tassenverkäufer geworden, wie ich heute festgestellt habe. Ja. Von daher, wir müssen nachbestellen. Wir müssen wahrscheinlich demnächst gleich mal wieder nachbestellen. Was natürlich auch wieder hier war, das war der fahrbare Flammkuchen-Bäcker. Sagt man das so? Komm mal. Flammeri, Flammeri aus, wo seid ihr her? Asbach. Aus Asbach. Also super leckeren Flammkuchen in verschiedenen Ausführungen kann man nur empfehlen. Mega lecker. Haben wir ja schon angekündigt, dass die wieder hier sind. Die waren auch im Herbst schon hier. Und ich hoffe, auch im nächsten Herbst sind sie wieder da. Ja. Gut. Also unbedingt. Ah ja, guck mal, wir zeigen noch mal. Das finde ich überhaupt super, ja? Ja, mit dem Ofen da drauf. Finde ich klasse. Und noch mal umdrehen. Der Dietmar ist auch da. Guck mal, der Thorsten ist schon wieder weggelaufen. Du hast es weggelaufen, oder? Nee, der Thorsten ist auch schon wieder weggelaufen. Die sind ein bisschen schüchtern. Ja, total schüchtern ist der armer Mann. So was kann ich nicht, ne? Thorsten, komm mal her. Ja, das war unser Tag bei Vogels, bei dem Frühlingsfest. So ist es. Bis dahin. Tschüss. Mach nicht so nah, die Leute kriegen Schreck. Mach nicht so nah, Leute kriegen Schreck. Warum? Ja, guck mich an, dann weißt du warum. Die Menzinger war auch nicht geschminkt am Freitagabend bei ihrer Show. Ich bin ja nicht die Menzinger und ich tanze ja auch jetzt nicht hier. Wir holen jetzt nämlich einfach unseren Mietwagen ab. Es ist Sonntagmorgen. Das sieht man ja an unserem Design heute Morgen. Und jetzt sind wir gerade bei Europcar angekommen. Ja. Sie scheinen aufzuhaben. Ich hatte ja große Befürchtung, dass keiner da ist, wenn wir hier ankommen, weil Sonntagmorgen. Aber sie scheinen da zu sein. Wir konnten auf den Hof fahren und hier sind schon andere Leute am Auto rumfuhrwerken. Also scheint das zu klappen. Das liegt übrigens alles daran, dass ich am Freitag noch einen Schornscheinfeger getroffen habe und habe dem die Hand gegeben. Ist gut. Ich bin schwer abergläubig, wie ihr bestimmt schon gemerkt habt. Also los jetzt rein. Also los jetzt rein. Wir sind jetzt mal ein bisschen zurecht gemacht, wieder zu Hause. Auto steht draußen und jetzt gibt es erst mal Frühstück. Und dann wird gepackt. Kennzeichen dürfen wir nicht vergessen. Ja, naja klar, logisch. Kennzeichen und das ganze Papierzeug sind logisch. Also. Logisch. Ja. Wir sind losgefahren. Wir haben es geschafft, alles, was wir mitnehmen müssen, in einen Koffer zu packen. Und los geht's. Voraussichtliche Ankunftszeit 17 Uhr. Wir könnten eben noch ein Fahrzeug vorstellen. Wir befinden uns in einem Opel Mokka. Richtig. Unsere neue Testfahrt. Ein Opel Mokka. Ja gut. Die Sitzeinstellung und das Navigationsgerät ist etwas kompliziert. Ansonsten, wenn man es mal rausgefunden hat, hat man leichte Probleme mit der Schulter, bis man die Adresse eingegeben hat. Johann Sebastian Bachstraße ist halt lang. Ist egal. Da kann ja der Mokka nichts für. Da sind wir angekommen. Wo? In Neustadt. Achso. Du musst doch wissen, wo du bist. Ja. Wir sind im Parkhotel untergekommen. Das hat uns Capron empfohlen. Und wir haben ein Familienzimmer mit Hunden erlaubt. Und wir sind so lieb empfangen worden. Ja. Total toll. Herzlich. Ja. Herzlicher Empfang. Hunde dürfen zwar nicht mit ins Restaurant, aber das ist nicht so schlimm. Clara kann hier bleiben. Im Zimmer. Alleine. Und wir sind alleine auf dem Gang. Selbst wenn sie mal bellt, hat die liebe Frau an der Rezeption gesagt, ist nicht schlimm. Weil wir sind am Verhungern. Ja, wir sind das in einem Rutsche hergedüst und hatten vergessen, irgendwas zum Knabbern mit ins Auto zu legen. Komisch. Da hat man alles gedacht. Kennzeichen. Naja. Okay. Ist egal. Jetzt gucken wir uns mal an und gehen mit Clara mal ein bisschen toben. Und dann gibt es Abendessen. Ja. Sehr schön hier. Dann macht der Toni die Kamera aus und sagt, ich habe gesagt, wir gucken uns mal an. Ich habe natürlich gemeint, wir gucken uns mal um. Also man merkt, ich brauche was zu essen. Also gucken wir uns mal um. Vielleicht sagst du erst was. Habt ihr es gesehen? Bestimmt nicht. Wieso? Ich habe das rangesoomt. Natürlich. Du hast das rangesoomt. Du hast das rangesoomt. Also falls ihr es nicht sehen könnt, irgendwo da hinten steht unser Wohnmobil. Gut, das können wir jetzt auch noch nicht sehen, aber da muss es sein. Es muss einfach da sein. Und die liebe Frau aus dem Hotel hat uns erklärt, wie wir hinkommen und da sind wir schon. Zack, einmal Capron. Ja. Also. Also. Das ist der Eingang. Wir haben es gefunden. War jetzt auch nicht so schwer. Nein. Der Werkseingang von Capron. Ja. Und genau an dieser Stelle. So mit Schranke und Pförtner. Werden wir uns morgen früh wiedersehen. Ne? Ja. Und sagen erstmal Tschüss. Wir hoffen, es klappt alles jetzt heute Abend, dass ihr die Leni und Toni Show noch seht. Ja, das können wir noch nicht so hundertprozentig versprechen, aber ich glaube schon. Es war eine sehr spannende und aufregende Woche für uns und die nächste wird noch aufregender und noch spannender. Wir gucken, dass wir nächste Woche alles irgendwie hinkriegen mit ganz schnell hochladen, damit ihr die Werksführung und die Abholung alles mitkriegt. Wir halten euch auf jeden Fall über Facebook auf dem Laufenden. Oder über die Tagespresse, wie gesagt. Genau. Was ich unbedingt noch sagen möchte, wir wollten uns noch bedanken für diese ganzen vielen wahnsinnslieben Nachrichten, die ihr uns geschickt habt und Glückwünsche und alles, was so kam. Auch Tassenbestellungen. Ich habe es noch nicht geschafft, alles zu beantworten. Da wir ja dann ab Mittwoch irgendwie mit dem Wohnmobil unterwegs sein werden, ist dann ein bisschen ruhiger und spätestens dann kommen wir dazu, alles zu beantworten. Genau. Von daher noch einen wunderschönen Sonntagabend, einen guten Start in die neue Woche. Oder vielleicht schon Montag früh, je nachdem wann wir das hochgeladen bekommen. Aber auf jeden Fall, wie schon gesagt, einen guten Start und einen schönen Start in die neue Woche. Ja. Und danke. Bis dahin. Tschüss. 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 Vielen Dank.